Mein Name ist Serra Murat. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder. Als Beruf bin ich Frisur, selbstständig. Ich bin Kurde aus Syrien. Seit 17 Jahren wohne ich hier in Deutschland. Ich vertrete die Nervosliste. Ich fühle mich gut. Ich kann Brücken bauen zwischen Mentalitäten, Kulturen, Kurden, Deutschen, anderen Ländern, die hier leben. Ich fühle mich sehr gut, dass ich etwas machen kann. Am 13. September wird der Integrationsrat gewählt. Bitte geben Sie Ihre Stimme der Nervosliste. Danke. Ich bin Kurden und ich bin der Nervosliste in der Nervosliste in der Nervosliste. Manja maa, awa, milete Kurde, wak, hamii mileta li bi walati bi rumat u wak havi u berati bijin. Am spasya rejima al-mandiken go afdarfet dana maa. Sampai jumpa.